Was geht ab, Leute? Euer Frapsis hier, heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video geht es auf jeden Fall um den Gegenstandshop vom 9.5.2021. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was heute reinkommt. Lass uns das Ganze mal abchecken. Let's go! Okay, ein paar wiederkehrende Skins sind auf jeden Fall am Start. Das Falkenclan-Paket ist am Start. Im täglichen Bereich sind ein paar wiederkehrende Sachen. Die Fußball-Skins sind weiterhin vorhanden. Hier haben wir auf jeden Fall noch das Doppelt-Agenten-Paket. Und ein neues, glaube ich, ja tatsächlich, ein neues Starter-Paket. Was, by the way, eigentlich ganz nice ausschaut. Ich würde sagen, Freunde, wir fangen hier erstmal an und arbeiten uns halt nach und nach weiter. Natürlich wie immer mit dem täglichen Bereich. Ihr seht, Freunde, hier sind so einige Emotes und ein paar Skins, beziehungsweise zwei Skins. Schauen wir uns nochmal die Emotes genauer an. Wir haben auf jeden Fall Bürofahrt nach 30 Tagen wieder zurückgekehrt. Dann geht es auch schon weiter direkt zu Go, Go, Go. Äh, beziehungsweise los, 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 zuletzt von einem Monat ebenso drin gewesen. Dann haben wir hier unten, Freunde, Hitzkopf nach 34 Tagen wieder am Start. Wir haben hier, ups, sorry, wir haben hier Sig als Outfit nach 255 Tagen wieder am Start. Und die nette Dame bis ist ein bisschen seltener. Die ist nach 542 Tagen wieder zurück. Ist jetzt nicht der beste Skin, auch wenn ich den besitze, finde ich den jetzt nicht so krass. Muss man halt selber wissen, ob man da Bock drauf hat. Dann haben wir das komplette Falken-Clan-Paket am Start. Nach einem Monat ist das Ganze wieder zurückgekehrt. Ich persönlich finde jetzt nicht, dass man das besitzen muss. Sind nicht so krass coole Sachen mit dabei. Wir haben dann hier den Zero-Skin nach 42 Tagen wieder zurück. Und zu guter Letzt, Freunde, haben wir Farbenbomber, Farbenkanonier und alles, was dazu gehört. Nach 33 Tagen wieder zurückbekommen. Also meiner Meinung nach ist das auf jeden Fall definitiv ein Paket, was 100% gegönnt werden muss. Ohne das, Freunde, funktioniert Fortnite einfach nicht. Sollte jeder in seinem Spind haben, meiner Meinung nach. Einfach für den Drip. Wir switchen in den Rettel-Welt-Modus und schauen uns dann dort nochmal an, was draußen in der Wildnis so abgeht. Ich denke mal, heute sollte jetzt nichts Besonderes so am Start sein. Aber trotzdem schauen wir rein. Super Anhänger-Alarmer. Und hier haben wir einen Piraten-Scan neu dazu erhalten. Das, meine Freunde, soll es mit dem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne mal einen Daumen da. Vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Ich wäre dann raus und würde sagen, Freunde, haut rein. Geht mit dem Flow. Euer Fraps und ciao. Bis zum nächsten Mal.